Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eure Meluria und Opa zockt. Mahlzeit, Mahlzeit. Du willst jetzt da runter gehen? Ich geh in den Dungeon runter. Ja dann, hau mal rein. Aber Opa, ich muss dir leider sagen, du musst was an dein Mikro stellen, weil man hört häufig, wenn du begrüßt, nur Zeit statt Mahlzeit. Dann musst du deine Füße waschen, damit du direkt nachrufen kannst. Dann hörst du auch was Vernünftiges. Immer von sich auf andere schieben. So ist das halt. Wir gehen runter in die Dungeon, weil wir brauchen dringend einen Emerald. Mit etwas Glück könnten wir in der Dungeon einen Emerald finden. Du Arsch, ich hab mich sowas von erschreckt. Du Arsch. Du bist so ein Arsch. Ich krieg mal einen Herzinfarkt. Alter, ich krieg mal einen Herzinfarkt, du Lappen. Die ganze Zeit wartet. Wo bleibt der? Da war ich extra noch schön gesneaket, damit dein Name nicht sieht. Naja. Alter. Da ahnt mal nichts Böses. Da versteckt der Chef Lappen sich in der Ecke. So muss das sein. Ja, ich hab's gemerkt. Boah. Gibt's ja gar nichts. Resonable priced. Was heißt das? Resonable priced. Da muss man aufdrücken. Manufaktur tracks made of regular rails. Okay. Achso, du hast den Dings eingesammelt in die Schiene. Ja, ja, ja. Ich hab ein Gleis eingesammelt deswegen. Na dann. Ich seh gerade, hier ist schon mal gar nichts. Hey, ich brauch mich auch zu schieben. Was hab ich gekriegt? Silber und Blei. So wenig Kabel sauen. Jetzt hab ich die Orientierung verloren. Ah, hier ist Eisen. Tja. Also ein Eisenmangel ist Nisch. Nicht wirklich. Ne, absolut nicht. Also Uran brauchen wir erstmal nicht, ne? Ne. Was willst du da? Nicht so wirklich, glaub ich. Okay. Naja, Atomkraftwerk ist garantiert mal irgendwann geplant. Irgendwann mal. Boah, ich weiß von mit Gürbel zugeschmitten. Zu gefallen. Auch Hallöchen. Ach du Scheiße, ist das in groß. Was? Was hast du denn gefunden? Ja, ich hab hier ein bisschen Gürbel weggemacht und hier hinter geht's noch richtig groß weiter. Äh, vor dir ist übrigens Giftspinne, da musst du aufpassen. Ja, ich weiß, dass ich hier eine Gürbel hier habe. Geh mal zu Leiser. Klapps! Hm. Hm. Oh, hallo! Ah! das exit 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 ausgangsgleis was verspricht unter einem exit ausgangsgleis hallo wenn du damit mein kart rüber fährst dann wirst du automatisch steigst du aus das kann nur von der ein mod kommen also von der seine rail mod nach der ist in was tiefkart wie viel skelette sind hier eigentlich ich habe das problem dass ich die dass ich die block bezeichnung nicht richtig sehen kann weil die jetpack anzeige im weg ist ja es könnte ich machen ich hoffe auch die ganze ohne schütte krumm auch da ist der lüriere reisen ganz viel und jemanden kommt noch opal brauchen wir nicht amnit ist brauchen wir nicht kohle ich glaube nicht dass wir irgendwas mit bewitch mit machen werden salz brauchen wir salz ich krieg alter 12 was denn was hast du gefunden hier wohl ich muss mal aufräumen hier was kann ich denn mal was hast du den gefunden auch dreimal sender schwerter geil endlich mal eine vernünftige waffe die aber sogar schon die versorgung travel drauf empaut und mikro angle aber ich habe nur auch was das sind ja modifeld power holding die weißen grüß an sich das da weg das da weg ich habe keinen platz mehr ich kriegte sich alles mit dann bleibt das ja das ist ja das was kann ich auch noch mitnehmen die dosen wo ich nicht die eisen die gar nicht drin ja meine tasche ist auch voll ich muss nach oben toll eigentlich würde ich was anderes machen hätte mich mehr gefreut hättest du einen emerald gefunden sind kann ich auch nicht mit was ist das hier also minimo werden brüche kann ich auch nicht mitnehmen wir müssen treppen hin das dauert zu lange habe ich knochen mitgenommen weil das kriegt man schön bonemail draus hat es nicht doch ein zombie hier ist ja auch schmeißen können und quark brauche ich nicht mit hohem kraft das kann da rein, das kann da rein das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein und auch das kann also das war knapp. ist da eben was rein? nein nicht wirklich das ist viel zu viel. kann ich noch silber mitnehmen? das boot brauche ich aktuell beim besten willen nicht. das frisst nur unnötig platz. sehe auch hier. ne, wenn ich schon mal dabei bin, ich repariere mein werkzeug mal eben. so ein scheiß, so ein scheiß. level kann weg. schere behalte ich. energieleitung brauche ich gerade nicht. so, level weg. wow. und wieder runter in die höhle. so war ich schon. mir schon ziemlich tief in den dungeon vorgedrungen sehe ich gerade. ja aber meine taschen sind voll. komplett voll. ja und du hast leider auch immer kein emerald. so war ich auch immer noch nicht. so war ich auch immer noch nicht. wasser dicke kohle aber alter ist das die kohle aber ich habe gar keinen platz für kohle ja ich nehme alles wird was ich kriegen kann er weil ressourcen brauche ich ja ist quasi ein abwasch ressourcen farmen und gleichzeitig nach emeralds ausschau halten die hoffentlich irgendwo in den dungeons zu finden sind ich würde gerne die diamanten da unten haben wer ist gern diamanten und ich eine emerald auch nicht schlecht der unterschied ist ich sehe die diamanten und würziger mitnehmen hast du kommst da und versuchte doch eine höhle zu versuchte doch was du hast doch gerade schon gesagt wird es kein platz mehr ja habe ich immer noch irgendeine möglichkeit die ich noch hin und her fummeln kann dann kommt das wichtige was jetzt wichtig erachter ist halt dann auf einmal unwichtig und wird dann eher ausgetauscht für was anderes ja das macht natürlich was ist das ist peri gott peri gott ist kann aber mich gerade bienen genervt ich habe kein cash die kann ich noch nicht mal abbauen wenn ich wollte das schöne ist auf dem weg zum diamanten euch jemanden gefunden lass mich raten der creeper kam von hinten angeschlichen so sagt ja die viecher sind sausäcke vor allem hinterhältig jetzt wird es interessant mal leichter und wieder zu finden notfalls helfe ich dir wenn du hilfe brauchst ich muss wiederfinden also daran die städte hinzukommen das wird das schwierige black lotus nehme ich mal mit gar nicht naja auch ich zwar nicht aber ist egal müterwagen habe ich gekriegt okay da geht es noch eine etage tiefer sehe ich gerade da geht es auch noch lang hier musst du her gelaufen sein wir lagen cobblestone im weg herum ich gehe von irgendwoher schauen ich weiß nicht woher wenn ich dich finde ja welche höhe bist du 22 22 ok ich bin auf 23 brauche ich mich nur zu grüßen warte mal jeder der lava wahrscheinlich bist du komm ich brauche es denn durch zum zu baggern einfach an katsch ich muss nur da musst du sagen auch da bist du rum hallo hallo so wo müssen wir lang was zu essen ich habe nur drei herzen ach so ja ich bin ich hier schon hier warst du runter hab das so klug ist einfach runter zu springen ja genau so war es ist passiert ja meine warnung kam leider wo ich konnte dich nicht eher waren weil das fieber plötzlich hinter dir und was ein paar fackeln herstellen ich warte hier auf dich hast du keinen orientierungssinn naja es geht so bei mir es geht so es war ja auch eine ziemliche todesfalle dass du einfach so runter gejumpt bist links rum links rum und links rum dann rechts rum und rechts rum ich habe jetzt den weg entsprechend geführt jetzt komme ich dir entgegen so hier hinten rechts rum hier einmal schleife laufen und dann hier rum da bist du ja genau da lang nicht darunter hier guck da runter und links kaputt da hier lang lauf doch vor macht das viech da unten kaputt ich habe doch nichts man ja ja ich bin dabei das andere fiel drauf unten hast du noch kaputt ist doch ja kannst du immer ein bisschen zu bieten ja kein wo das ganze zeug in den dauer fliegt hast du doch schon an niveau wo ist ein grab denn hast du es gerade eingesammelt das ist über die wofür das muss ich raus schmeißen und das muss ich raus schmeißen und das muss weg das muss ich vergisst ein futter nicht ein futter schwebt hier oben ja ich muss das ganze zeug nach und nach das muss ich anziehen so wie irgendwas im momentan was ich vorher nicht so machte okay aber ich glaube ich glaube die kammer bewusst aber bauen lässt sich nur behutsam abbauen ich habe was ich nicht vorher drin hatte aber ich habe auch das gefunden ich habe kann ja noch was in die second hand legen die second hand benutze ich grundsätzlich nur für die fackeln ich nutze sie jetzt für gold damit ich noch was mit hat sie nicht gesagt du hast schwerter wir haben sie nicht aufgeladen das macht nichts sie sind trotzdem schärfer als die stein schwerter die stein schwerter haben eine tag der mit von 6,5 und die ende hatten eine tag der menschen 1,0 das kann nicht sein ich kenne mich in drei mit einer eu aus das kann nicht sein steht da aber an die 2 ok ok und aufgeladen weil es im port ist 27 ok brauche ich uns schon mal keine keine dags wort keine dags worts machen weil was dann genug gefunden ja wie gesagt vorhin das ist halt schon ein port auf das ist der vorteil gold wow dicke gold aber nicht übel nicht übel auch echt jetzt was denn ich bin sowas von voll da geht nichts mehr ja dann musst du hoch gehen und erstmal deine tasche leer machen aber ich würde sagen opa das macht das ist etwas was für die nächste folge gilt das war es mich liebe zuschauer was muss auch nach oben höhe meine tasche sind auch vorsichtig gerade das war es jedenfalls liebe zuschauer in dieser folge wir hoffen er hat euren spaß genauso wie wir wir sehen uns zur nächsten wieder bis dahin ciao leute ciao